hallo herzlich willkommen zurück zur minecraft adventure map lux perpetua mit dabei ist adri auf zuletzt neue herausforderungen war so du weißt oder Prozent wird er schon eine Idee falls ich mich heute ein bisschen krank und andere liegt das daran dass sich kranken zuvor um hoch und nein für mich auf dem Friedenheim die Schilder okay ich habe und ausgültig es ist ein Schwarz also viele Menschen ich glaube ich werde gerne nachdem ich kurz mal so kittisch gut die Schrift für mein Kost ein bisschen verschieben die Stil wir waren jetzt der Gäste unterliegen man kann es sein muss wieder Kann das sein, dass wir jetzt gerade extrem weit zurückgehen? Ja, wir müssen zurück. Da unten, das sieht aber schon mal gar nicht so schlecht aus. Ach du Scheiße, beim Walzen fällt wieder. Mr. Mrs. Potty. Das sehe ich gerade hier. Äh, Moment. Da hinten ist Trepper. Aber. Das aber allerdings nicht aus welcher Richtung wir da hin müssen. Wo wir nochmal schnell schlafen, vorher? Äh, je, wenn da schon der Checkpoint ist. Ich nehme hier nochmal was zu essen mit, ne? Ich brauche gerade nichts. Such dir ein Bett schon aus. Das hört mir gerade auf, die anderen nehmen jetzt Hex halt auf. Die sind gerade im TS gejoint. Ja, sollen sie machen. Ich bin jetzt gerade mit dir. Wir haben eigene Projekte. Ux. Ne, ich gedacht, schreckt. Ich habe gesagt, was brennt hier. Ich brenne. Oh. Ich bin so heiß, dass ich brenne. Äh, lustig. Ich habe gesagt, was brennt hier. Ich bin so heiß, dass ich brenne. Äh, lustig. Wer da er so quá. Ich bin so stark. Wie vieleuber haben. So. Hallo. Mein Name ist Mike. herzlichen glückwünschen neues level der elanlosigkeit waren wir hier nicht schon ja wir waren hier schon auch kombiniert professor ich bin freiwein drauf ganz toll ihr würd'n zauber er wird schließen wir da hinten lang das ist ein Röntgen Loch hey wie sollen wir denn hier hinfinden das auch aber die Map sagt dass wenn die das sagt dann sagt die das wenn du es hier offen ich hab hier nicht offen schiebend genau wirst wo gemeint ist dass wir hin sollen welchen Schritt weiter wir sind im Link von der Map schicken das dauert ziemlich lange bis die Seite geöffnet das würde dir jetzt beim Aufnehmen schaden ok ich habe hier irgendwas durch Back durch die Wand gesehen das ist gut das ist schön die hier in den Berg hier sind ganz viele Spinnen zu rücken das kann sein dass darin das ist was wir suchen ich bin es nur die Frage wie kommen wir da rein ich bin auf dem Berg drauf ja ich schaue auch nein da ist doch was wo hier da 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 kommst du du da die so das hier eine die wohl einfach zurück und da haben Prozent Prozent in der Menge ich schließe die wir sehen uns drinnen die letzte Aufnahme erwartet uns wo uns gelät 1 noch im Büro der Stadion öster ihr fängt es glaube ich müssen sie durchkämpfen die Schienen die Stadion die Wand ein Hebel und zweifelig und dieses Jahr der Hebel muss wahrscheinlich spielen die Felsen muss auf die Summe doch kurz das so war Prozent Prozent er ist der die Leute Prozent weistlich umkommiertes Spielbraust ist gemeint Aua. Aua. Hör auf. Schau. Spinnennetz. Die Frage ist, wo geht's hier jetzt weiter? Da oben. Sehe ich da was? Ich gucke mal, ob man da irgendwie hochklettern kann. Kann man aber nicht. Da muss doch dahinten noch irgendwas auch. Ich will nicht. Ah, da muss man spinn, spinn, spawner. Was wusste ich? Das ist jetzt kompliziert. Vielleicht müssten wir auch einfach nur hier den Schalter holen. Und was sollen wir dann machen? Dann gibt's einen anderen Weg. Du warst essen. Oh, Mistshotting Cream war ganz vergessen. Was? Okay, saul dir. Sehr gut. Ich seh dir gerade, was? Noch weiter. Äh, was hier? Was, was du es? Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Warte, komm, ja. Kekse! Und ein Brot. Wo geht's denn noch hier hin? Da ist ein Sporter. Eine Silberfische. Ganz schlimm. Ja, ich auch. Nimmst mir weh draußen. Das war wahrscheinlich der Parcours. Wir mussten den Schalter wahrscheinlich holen. Wofür? Das ist und bleibt ein Rätsel. Steht da nicht auf seiner Web. Ich hab ne Idee, wofür wir den brauchen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt in Richtung Ende gehen. Also wortwörtlich Ende. Wo ist denn das Ende? Jetzt muss ich wieder. Ach so, Ende, Ende, Polter. Ende, Drachen, meinst du? Nee, nein. Nicht so. Warte, wie kommt man denn da bitte hin? So, so, so. Warte, wenn wir die Richtung gehen. Lücken wir hier. Das auf jeden Fall die falsche Richtung. Wie es zu tun? Egal. Ich mach gar nicht mehr. hat theoretisch wenn man da lang geht okay wir müssen wieder zurück alle klar Prozent wo war die Treppe drogen dahinten mittlerweile mit 30 und können irgendwas verzaubern wird der ja ich bin der mit 3 ist das immer wie oft gestorben ist ich bin 20 mal vielleicht da kommt der nächste für 6 die die Füße durch die Weltgeschichte Nürnberg er ließ wie viel bei der Nürnberg alles aufnimmt die Fahrt die dritte gewesen nicht er hätte ich nämlich über kohle ich glaube der abgelegt warum ist sie dann gehofft nur dann habe ich nicht nur ein gut würde es selbst es ist cool aufgenommen schon dass wir hier auch mal warten ich weiß schon dass ich mich nicht mehr guckt die ähnliche der stadt schweiß ich schaue noch kurz hier ein messen das ja okay kann ich nicht mehr machen ah jetzt habe ich das mit der Map teilweise verstanden ich hab jetzt teilweise genau verstanden wo wir sind wenn wir jetzt da hochgehen dann kommt der das Haus da den kann sich gut orientieren er wird Prozent war ich nicht ohne er stellt sich wo auch mal hier hoch wo bleibt du bist es nicht umgegangen wo es nur wieder Friedhof hat keiner gesehen hier so bin ich über das Dach gesprungen das kann gut sein dann kommen sie mal her da runter ja da waren wir doch auch schon oder? ja hier kommen wir doch hier jetzt werden wir das mal angefangen wir werden aufgehört wir kamen wir raus es muss kurz an der Kater schauen das muss doch bestimmt hier verzeichnet sein das ist einfach mal hier drüben in der Regel steht dann nicht dass wir nicht die Welt an ihrer Grenze verlassen dürfen das stimmt was sind das für Glouf von Dinger was wenn da der Turm ist dann sind wir falsch wir sind gerade der ersten Turm der ist jemals ne Merkau Nürn jetzt das stimmt dann geht er lieber wieder hoch so wird ein Thema ich hab die Orientierung jetzt wenn wir wieder hochkommen ich bin wieder hoch okay und direktes erstmals um die Angriff Prozent es sind zu viele siehst du und jetzt nun wird noch kommen sie nehmen wir haben gelaufen ihr wir sind jetzt hier hatte die Brücke geht in die Richtung kaputt ist das heißt das ist die hier das wird etwas schwieriger aber steht da rechts nehmen uns auf dem Becken Tor aber da waren wir schon das weiß nicht dann ist es schon nur geladen aber die haben das praktisch mit Zauern gescheitert müssen durch die Wüste ich weiß nicht ob das der offizielle Weg ist aber ich glaube nicht wir nehmen den einfach mal so ein besitzt das zeigt denn es ist diese Richtung und für die Blüte geworfen Orte schafft das Geld und ich bin und das sollte gut sieht interessant aus das ist die Brücke dass das die Brücke ist also sehr gut durch die Gerichtung wo muss man auf dieser Brücke die Fassel leuchtet müssen auch und für die Städte Pfeile dritt auch nur ein bisschen diese Richtung geht weiter denn das war ich glaube ja das Haus das ist das was sie das eigentlich nicht das Leben ist aber das ist ein guter Punkt und wenige Stiege da gibt es sogar die Kinder um m und die Schildeskette sind hier keine Ahnung auch vorbeirand auch 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 und er wird und und das Reppenmarathon Klopp Klopp dann nehmen wir eben das Dach Nulles Verhandlungen nur und die Abtrieb oder nicht hier die BG unter dem Brunnen durch du bist zu tun hier hätten wir früher eben ist gewusst das ist die Nummer 5 aber egal wir holen es erschließt sich jetzt nach ja mit der Leben um die ganzen mehr also hat die nichts verpasst was haben wir hier das der Heilung und drei Steak das ist für dich nimm alles aus der Truhe hier gut und jetzt deutsches nicht mehr jetzt das war es mit dem Haus aber nicht alles dafür war die Schrift und das was das ist okay die Stieger Punkt zu du stehst hinten auf der Druckplatte oder Höhe ich hab ja gerade was heraus ich darf drauf du musst auch hier 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 dann gehen wir da mal runter mit Ruhe und Karte und Hebel alles wofür und Karte lese ich kurz durch oh hier es ist das Leber muss die Eirn-Tür in der Gate-Guardian-Cave ich sollte head back and try it out wo sollte das öffnen Gates-Guardian-Score da sind wir schon durch vielleicht jetzt nehmen wir mit mir auf die Stolz die Künstlerin müssen in der Welt wenn wir nicht so ohne Plan wird durchgerannt der Kriere sowieso immer ohne Plan überall durch wenn die Sandwender machen wir es besser sprach habe ich uns gerade vorgenommen Warten müssen noch oben ich muss kurz orientieren in welche Richtung gehen müssen ich verteidige dich mit meinem Leben das ist sehr nett das merke ich mir in irgendeine Richtung müssen wir wir da sind warte ich muss mal kurz aufs Haus hat super funktioniert so wo ist das Haus denn da ist das ich habe die beiden schon wieder aufgehört aufzunehmen das ist aber eine kurze Folge von denen die brauchen halt nicht so lange achso der Server ist wieder down wir haben grad so ein paar Serverprobleme dabei ja die haben wir alle irgendwie ja aber ich würde mal sagen vielen Dank fürs Zuschauen dieser Überlänge bis zum nächsten Mal tschüss tschau